Wir haben vor, ein Community-Zocken zu machen, beziehungsweise wieder eine Game-Night einzurichten. Das Ganze soll am diesen Samstag, also dem 11. Juli, stattfinden um 20 Uhr. Es werden offene Lobbys aufgemacht und ja, dann wird dann ordentlich Custom-Games gespielt oder je nachdem, wie viel man ist, kann man auch ins Matchmaking springen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich einige von euch da bereit erklären mitzuspielen und ihr könnt euch jederzeit bei einem unserer Admins melden. Die Gamertags habt ihr hier unten in der Beschreibung einfach nochmal aufgelistet. Meldet euch und dann geht der Spaß auch einfach schon los.